Du suchst für deine Rolle immer noch den passenden Champion? Dann bleib dran, denn ich werde dir für jede Rolle den passenden Champ vorschlagen. Moin Moin und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Phil und du bist hier genau richtig, wenn du mit einer anderen Position anfangen oder deinen Champion Pool erweitern möchtest. Da ich nicht jede Position in einem Video unterbringen konnte, habe ich dazu zwei Parts gemacht. In diesem Video werden die Rollen Midlane, AD Carry und Support abgedeckt. Falls dich also die Top Lane und der Jungle auch noch interessieren, kannst du das Video ganz einfach oben rechts über die Endcard oder in der Videobeschreibung finden. Durch die Timestamps im Video kannst du zwischen den einzelnen Rollen und Champions hin und her springen, falls mal einer dabei ist, der für dich nicht in Frage kommt. Außerdem werde ich für jeden Champion die passenden Runen, Skill Order und Item Build einblenden, damit du sie so eins zu eins kopieren und den vorgeschlagenen Champion direkt ausprobieren kannst. Wir fangen jetzt also bei den Midlanern an und starten da direkt bei dem wohl bekanntesten Anfänger Champion, Annie. Mit ihr kannst du selbst beim Schlafen Last Hitten und jeden Gegner von 100 auf 0 zum Platzen bringen. Sie ist dafür bekannt, viel Damage in kurzer Zeit zu verursachen. Ihre Passive funktioniert so, dass immer wenn sie eine Fähigkeit benutzt, einen Stack aufbaut, bis zu einem Maximum von 4. Wenn sie dann eine Fähigkeit einsetzt, werden alle getroffenen Gegner gestunnt. Ihre Q ist genauso simpel und zwar schießt sie einen Point & Click Feuerball auf den Gegner, der magischen Schaden verursacht. Wenn sie das Ziel tötet, erhält sie das benutzte Mana und die Hälfte der Abklingzeit wieder. Bei der Aktivierung ihrer W entfesselt sie einen Feuerkegel in die entsprechende Richtung. Dieser verursacht an allen getroffenen Gegnern magischen Schaden. Ihre E gewährt Tibbers dazu gleich mehr und einem verbündeten Champion ein Schild sowie zusätzliches Lauftempo. Gegner, die während dieser Zeit mit normalen Angriffen Schaden an Annie oder Tibbers verursachen, erleiden selber magischen Schaden. Ihre ultimative Fähigkeit beschwört einen großen, brennenden Bär namens Tibbers. Sie verursacht bei der Beschwörung am Zielort magischen Schaden. Sobald Tibbers lebt, kann Annie ihn für die nächsten 45 Sekunden steuern. Tibbers kann angreifen und hat eine Aura um sich herum, die an allen Gegnern magischen Schaden macht. Nach A kommt, wie wir alle wissen, G wie Galio. Er bringt viel CC, Schaden in kurzer Zeit und eine gewisse Tankiness mit. Außerdem ist er Nahkämpfer und verursacht fast ausschließlich magischen Schaden. Sein Job ist es, anderen zu helfen und bespielt mit seiner ultimativen Fähigkeit gerne die ganze Map. Seine passive sorgt dafür, dass er alle 5 Sekunden einen verstärkten Autotech hat. Dieser verursacht erhöhten magischen Schaden an dem Ziel und an jedem Gegner in dessen direkter Nähe. Auf der Queue erzeugt er zwei Windstürme, die er links und rechts von ihm entfacht und in einem Halbkreis auf das Ziel wirft. Diese verursachen an jedem Gegner, den sie treffen, Schaden und sobald die Windstürme aufeinandertreffen, bleiben sie dort für zwei Sekunden und verursachen weiterhin Schaden. Die W besteht aus einer passiven und aktiven Fähigkeit. Die passive sorgt dafür, dass er nach zwölf Sekunden ohne erlittenen Schaden ein Schild erzeugt, welches magischen Schaden absorbiert. Sobald er die Fähigkeit aktiviert, verlangsamt er sich selber und baut einen Kreis um sich herum auf. Dieser wird größer, je länger er die Fähigkeit gedrückt hält. Währenddessen erleidet er auch weniger magischen Schaden und sobald er die Fähigkeit maximal aufgeladen hat oder schon verfrüht reaktiviert, tauntet er alle Gegner innerhalb dieses Kreises. Das sorgt dafür, dass sie ihn für zwei Sekunden mit normalen Angriffen attackieren müssen. Sobald er seine E aktiviert, macht Galio einen kleinen Schritt nach hinten, um Schwung zu holen und dash dann in einer geraden Linie nach vorne. Dabei verursacht er an allen getroffenen Feinden Schaden und wirft sie kurz in die Luft. Sobald er einen gegnerischen Champion trifft, wird der Dash beendet. Seine ultimative Fähigkeit hat eine extrem große Reichweite und sorgt dafür, dass er schnell bei weit entfernten Kämpfen dazustoßen kann. Für seine Ult muss er einen Verbündeten Champion innerhalb seiner Reichweite auswählen. Diese Position wird markiert und es leuchtet ein großer Kreis unter dem Verbündeten auf. Galio muss seine Ult für 1,25 Sekunden channeln und fliegt danach in die Luft und landet an seiner ausgewählten Position. Dort gewährt er allen Verbündeten innerhalb des Kreises ein Schild, was wieder magischen Schaden absorbiert. Außerdem fügt er allen Gegnern innerhalb des Kreises Schaden zu, und wirft sie ein kleines Stück zurück. Der dritte Midlaner, den ich euch vorschlage, trägt den Namen Malsaha. Er ist für sein simples und effektives Kit bekannt, was vergleichsweise wenig Skill braucht, um gut ausgespielt zu werden. Er ist ein Fernkämpfer und verursacht magischen Schaden. Seine passive Fähigkeit gibt ihm ein Schild, was ihn vor irgendeinem CC oder Schaden schützt. Es reduziert den einkommenden Schaden um 90% und verhindert jeglichen CC. Sobald es durch Schaden oder CC ausgelöst wird, bleibt es noch für eine kurze Zeit und verschwindet dann. Die Abklingzeit des Schildes ist abhängig vom Level und geht von 30 Sekunden runter auf 12 bei Stufe 18. Die Q von Malsaha erschafft ein Void-Tor, welches sich nach kurzer Zeit schließt und alle Gegner, die davon getroffen werden, erhalten magischen Schaden und werden verstummt. Das führt dazu, dass sie für eine gewisse Zeit keine Fähigkeiten aktivieren können. Die W hat eine passive und aktive Fähigkeit. Die passive besteht darin, dass Malsaha immer einen Voidling-Stack erhält, wenn er eine andere Fähigkeit benutzt. Er kann maximal zwei Stacks gleichzeitig haben. Die aktive Fähigkeit benutzt diese Voidling-Stacks und erschafft für je einen Stack einen Voidling. Diese Voidlinge verursachen magischen Schaden und greifen die Ziele favorisiert an, die von seinem Virus verseucht sind. Dazu kommen wir jetzt. Die E ist der sogenannte Virus. Diese Fähigkeit kann er auf einen Gegner benutzen und verseucht ihn für vier Sekunden. Wenn diese Zeit abläuft, ist der Virus weg. Wenn der verseuchte Gegner von Malsahas Q getroffen wird, erneuert sich die Zeit und beginnt von vorne. Sobald das Ziel stirbt, überträgt es das Virus an den nächstlegenden Gegner. Außerdem erhält Malsaha Mana dabei. Die ultimative Fähigkeit ist das Markenzeichen von Malsaha und ebenso simpel wie effektiv. Sobald er die Ulti auf einen gegnerischen Helden benutzt, wird dieser an Ort und Stelle festgehalten und kann sich nicht mehr bewegen oder irgendwas anderes machen. Er ist in diesem Moment suppressed. Außerdem erschafft er unter dem Gegner ein kreisförmiges Feld, welches zusätzlichen Schaden verursacht an allen Gegnern, die sich darauf befinden. Kommen wir jetzt von den Midlanern zu den AD Carries und beginnen wir direkt mit A wie Ash. Sie ist dafür bekannt, dass sie viel Utility in Form von Slows und CC mitbringt und gleichzeitig über eine ordentliche Reichweite verfügt. Wie es zur Rolle der AD Carries gehört, verursacht Ash physischen Schaden. Ihre Passive ist, dass ihre normalen Angriffe die Gegner verlangsamen. Außerdem kann Ash nicht kritten, sondern sie fügt Gegnern, die sie selber verlangsamt hat, erhöhten Schaden zu. Wenn Ash selber kritten würde, verursacht sie nicht mehr Schaden, sondern verlangsamt den Gegner stärker. Die Cue von Ash ist aufgeteilt in eine passive und aktive Fähigkeit. Solange die Fähigkeit nicht aktiviert ist, sammelt Ash Stacks bei normalen Angriffen. Diese klingen aber über die Zeit, wo sie nicht angreift, auch wieder ab. Sobald sie vier Stacks gesammelt hat, kann sie die Fähigkeit aktivieren und ihre Autotecks transformieren sich in salvenartige Angriffe. Für eine kurze Zeit erhöht sich ihr Angriffstempo und sie schießt extrem viele Pfeile auf einmal. Sobald Ash ihre W aktiviert, schießt sie eine Salve an Pfeilen in Kegelform in Richtung des Ziels. Diese verlangsamen den Gegner stark und fügen physischen Schaden zu. Die Fähigkeit ist extrem gut, um die Gegner auf Reichweite zu halten. Auch die E von Ash ist in eine passive und aktive Fähigkeit unterteilt. Die passive sammelt Stacks bis zu einem Maximum von zwei. Ash benutzt einen Stack, um einen Vision-File über die Map zu schießen. Die Reichweite ist hierbei global. Dieser Pfeil deckt die Strecke kurz auf und explodiert am Ende, um nochmal mehr Vision zu geben. Und auch die ultimative Fähigkeit ist global. Hierbei schießt Ash einen Ice-File über die Map und der erste gegnerische Champion, der getroffen wird, wird für eine Zeit gestunnt. Diese Zeit ist abhängig von der zurückgelegten Distanz des Files. Je weiter die Distanz, desto länger dauert der Stun. Außerdem werden die Gegner in der Nähe des Ziels auch noch verlangsamt. Der zweite Edicary in der Reihe ist Seavir. Auch sie ist dafür bekannt, das Team zu unterstützen und glänzt durch den starken Wave Clear und die Möglichkeit, das Lauftempo extrem zu erhöhen. Auch sie verursacht physischen Schaden. Seavirs Passive sorgt dafür, dass immer wenn sie einem gegnerischen Champion durch einen normalen Angriff oder einer Fähigkeit Schaden verursacht, ihr Lauftempo erhöht wird. Wenn Seavir ihre Q benutzt, wirft sie ihren Boomerang in die entsprechende Richtung und verursacht physischen Schaden. Allerdings wird der Schaden reduziert für jede Einheit, die getroffen wird, die kein Champion ist, also Minions oder Monster. Sobald der Boomerang die maximale Reichweite erreicht hat, kommt er zurück und damit resettet sich auch der reduzierte Schaden. Bei der Aktivierung ihrer W werden die nächsten 4 Auto-Attacks so verstärkt, dass sie von ihren Zielen abprallen und auf den nächsten Gegner fliegen. Dabei verursachen die Auto-Attacks aber weniger Schaden als sonst, können aber trotzdem kritten. Die Ricochets, wie man sie nennt, springen auch auf den nächsten Gegner, obwohl man ihn selber nicht sieht. Seavirs E ist extrem einfach. Sie erhält bei der Aktivierung einen Spell-Shield für 1,5 Sekunden. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, blockt das Schild einen Spell. Falls es das tut, erhält Seavir Mana. Und das war's auch schon. Wenn sie ihre Ult aktiviert, erhält sie und ihre nahen Verbündeten eine extreme Lauftempo-Steigerung für 8 Sekunden. Wie man sieht, ist Seavir also recht simpel gestrickt. Kommen wir jetzt zum letzten AD Carry, den ich euch heute vorstellen werde und das ist Miss Fortune. Sie ist für ihr Lauftempo und kräftige Auto-Attacks bekannt. Außerdem hat ihre Ult ein gutes Wombo-Combo-Potential. Natürlich richtet auch dieser AD Carry physischen Schaden an. Ihre Passive besagt, dass jeder Auto-Attack auf den Gegner mehr Schaden verursacht, sobald davor ein anderer Gegner angegriffen wurde. Das klingt so ein wenig kompliziert, aber ist es eigentlich nicht. In Reality greift ihr bei zwei Gegnern einfach immer abwechselnd an, um den Bonus-Schaden der passiven Fähigkeit mitzunehmen. Bei der Q von MF schießt sie eine Kugel auf den ausgewählten Gegner und die verursacht physischen Schaden. Bei Ankunft prallt die Kugel auf einen dahinterliegenden Gegner ab und verursacht erneut Schaden. Der zweite Effekt kann sogar kritten und sobald die erste Instanz das Ziel getötet hat, verursacht die zweite Instanz immer kritischen Schaden. Wie gefühlt bei jedem anderen Champion ist auch die W von MF unterteilt in einen passiven und aktiven Part. Der passive Part erhöht ihr Lauftempo, falls sie keinen Schaden in den letzten fünf Sekunden erlitten hat. Außerdem wird der Wert nach weiteren fünf Sekunden noch einmal gesteigert. Sobald sie ihre W aktiviert, erhöht sich ihr Angriffstempo für ein paar Sekunden und ihr Lauftempo wird direkt um den höchsten Wert des passiven Parts gesteigert. Außerdem wird die Abklingzeit der W reduziert, wenn sie ein neues Ziel mit ihrer richtigen passiven Fähigkeit angreift. Bei der Aktivierung ihrer E wählt sie eine Ziellocation aus und dort hagelt es kreisförmig Kugeln. Diese verursachen magischen Schaden am Gegner und verlangsamen sie. Außerdem gewährt diese Fähigkeit dem Team kurzzeitig Vision. Die ultimative Fähigkeit fixiert Miss Fortune an Ort und Stelle und lässt sie kegelförmig und salvenartig extrem viele Kugeln schießen. Das Ganze kann bis zu drei Sekunden andauern. Es ist aber auch möglich, die Fähigkeit vorzeitig abzubrechen. Die Kugeln verursachen wieder physischen Schaden und können dazu auch noch kritten, was dann nochmal den Schaden erhöht. Kommen wir nach den AD Carries jetzt zu den Supportern und damit die letzten drei Champs dieses Videos. Supporter wollen, wie der Name schon verrät, das Team unterstützen. Das tun sie entweder, indem sie die eigenen Mitspieler verstärken, indem sie viele Shields und Heals verteilen oder indem sie viel CC mitbringen. CC bedeutet Crowd Control, also auf Deutsch Massenkontrolleffekte. Das sind Fähigkeiten, die die Gegner zum Beispiel bewegungsunfähig machen oder verlangsamen. Supporter sind meistens so konzipiert, dass sie auch mit weniger Ressourcen wie Gold und Erfahrung zurechtkommen und immer noch Impact haben. Also kommen wir schon direkt zu unserem ersten Supporter und in dieser Reihe ist das Leona. Sie ist eine Nahkämpferin und ihre Fähigkeiten verursachen magischen Schaden. Allerdings ist Schaden nicht ihre Aufgabe, sondern vielmehr ist sie dafür ausgelegt, den Gegner an Ort und Stelle festzunageln. Sie bringt extrem viel CC mit in die Kluft. Ihre passive Fähigkeit sorgt dafür, dass ihre Fähigkeiten, mit denen sie gegnerische Champions trifft, diejenigen für eine kurze Zeit markiert. Jeder andere Verbündete kann diese Markierungen auslösen, indem sie dem Gegner Schaden zufügen. Falls das passiert, macht die Markierung auch nochmal extra Schaden am Gegner. Ihre Q ist ein verstärkter normaler Angriff, der extra Schaden verursacht und den Gegner für kurze Zeit betäubt. Während einer Betäubung kann der Gegner rein gar nichts machen und muss mit ansehen, wie er eventuell getötet wird. Außerdem ist Leonas Q ein Auto-Attack-Reset. Sobald Leona ihre W aktiviert, verstärkt sie deutlich ihre Rüstungs- und Magieresistenzwerte und reduziert den eintreffenden Schaden um einen festen Wert. Drei Sekunden nach der Aktivierung explodiert sie und fügt Gegnern in der Nähe magischen Schaden zu. Falls sie mindestens einen gegnerischen Helden trifft, verlängert sich der erhöhte Resistenzenwert um weitere drei Sekunden. Bei der Aktivierung ihrer E wirft sie ihre Zenit-Klinge in die jeweilige Richtung und verursacht an jedem getroffenen Gegner magischen Schaden. Falls sie einen gegnerischen Champion trifft, fliegt sie hinter ihn und hält ihn für kurze Zeit fest. Falls sie mit ihrer Klinge mehrere Helden trifft, fliegt sie immer bis zum hintersten Champ durch. Bei Leonas Ult ruft sie die Sonnenstrahlen auf die Erde und diese brechen an dem jeweiligen Ort ein. Das sorgt dafür, dass alle getroffenen Gegner um 80% verlangsamt werden. Die Gegner, die im Inneren ihrer Ult stehen, werden sogar betäubt. Auch diese Fähigkeit fügt magischen Schaden zu. Nautilus ist der nächste Supporter und er ist relativ ähnlich im Vergleich zu Leona. Auch seine Aufgabe ist es, Leute festzuhalten, sodass sie sich nicht mehr bewegen können. Er ist ein Nahkämpfer, glänzt mit seiner Tankiness und gerade sein bekannter Anker terrorisiert die Kluft. Seine passive Fähigkeit lässt ihn mit seinem normalen Angriff Leute festhalten und fügt dabei erhöhten physischen Schaden zu. Dies kann aber nur alle paar Sekunden auf das gleiche Ziel stattfinden. Seine Q-Fähigkeit ist der bekannte Anker in League of Legends. Die Fähigkeit lässt ihn seinen Anker werfen und falls er einen Gegner trifft, zieht er sich und den Gegner gleichzeitig heran, sodass sie sich in der Mitte dann treffen. Diese Fähigkeit fügt magischen Schaden zu. Falls der Anker auf Terrain trifft, also zum Beispiel Wände oder Türme, zieht Nautilus sich komplett heran und stellt 50% des Manas sowie der Abklingzeit wieder her. Sobald Nautilus die W aktiviert, erhält er ein Schild für 6 Sekunden. Das absorbiert natürlich eine gewisse Menge an Schaden, aber es verleiht Nautilus auf verstärkte Angriffe. Seine normalen Angriffe fügen jetzt mehr magischen Schaden zu und treffen auch noch naheliegende Feinde. Es sind also AOE-Angriffe während dieser Zeit. Außerdem ist es auch noch ein Auto-Attack-Reset. Nautilus erschafft bei der Aktivierung seiner E3 hintereinander aufkommende Explosionen, die kreisförmig um ihn herum aufkommen. Diese verlangsamen jeden getroffenen Gegner und fügen ihnen magischen Schaden zu. Wenn ein Gegner von mehr als einer Explosion getroffen wird, erhält er für jede weitere nur noch 50% des eigentlichen Schadens. Die ultimative Fähigkeit von Nautilus schickt eine Tiefenladung los, die das gewählte Ziel so lange verfolgt, bis es getroffen wird. Das primäre Ziel dieser Ult wird dann in die Luft geworfen und wird, sobald es wieder auf dem Boden ist, noch einmal gestunt. Jeder weitere Gegner, der auf diesem Weg zwischen Nautilus und dem primären Ziel liegt, wird in die Luft geworfen und ist auch gestunt, sobald er wieder auf den Boden kommt. Außerdem erleidet jeder getroffene Gegner, also auch das primäre Ziel, magischen Schaden. Kommen wir nun zum letzten Champ in diesem Video und das ist Soraka. Sie gehört eher zu der Kategorie, die ihr Team durch Heilungen unterstützt. Sie ist quasi der Krankenwagen der Kluft. Sie ist eine Fernkämpferin, verursacht magischen Schaden und hat wenig Leben, weshalb sie sehr schnell sterben kann. Ihre passive Fähigkeit kommt der Beschreibung des Krankenwagens schon sehr nah, denn sie bekommt eine extreme Erhöhung des Lauftempos, wenn sie auf verbündete Champions zuläuft, die weniger als 40% ihres maximalen Lebens haben. Sorakas Q lässt einen Stern auf den ausgewählten Bereich treffen, fügt den Gegnern magischen Schaden zu und verlangsamt sie. Wenn sie zusätzlich mindestens einen gegnerischen Helden damit trifft, regeneriert sie einen festen Wert an Leben und erhält nochmal ein erhöhtes Lauftempo. Ihre W kann sie auf Verbündete benutzen, um sie zu heilen. Das kostet sie aber selber Leben. Wenn sie davor aber einen Gegner mit ihrer Q getroffen hat, verringert sich dieser Lebenswert, den sie dafür opfern muss. Außerdem kann Soraka diese Fähigkeit nicht mehr benutzen, wenn sie unter 5% ihres eigentlichen Lebens ist. Zusätzlich ist es noch so, dass wenn Soraka einen Gegner mit ihrer Q getroffen hat und daraufhin einen Verbündeten mit ihrer W heilt, dass sie den Heilungseffekt der Q auch noch auf den Verbündeten überträgt. Dieser wird dann durch Sorakas Q und W geheilt. Die E von Soraka erzeugt ein Feld auf dem Boden, was jeden Gegner innerhalb dieses Feldes verstummen lässt. Das bedeutet, sie können keine Fähigkeiten benutzen. Außerdem fügt sie jedem Gegner bei der Aktivierung magischen Schaden zu, den sie in diesem Moment mit ihrer E trifft. Nach Ablauf der Fähigkeit schließt sich das Feld wieder und hält jeden gegnerischen Champion fest, der sich noch darin befunden hat. Außerdem fügt das dem Gegner erneut magischen Schaden zu. Sorakas ultimative Fähigkeit ist global und heilt jeden Verbündeten um einen festen Wert. Außerdem entfernt es den Effekt klaffende Wunden bei jedem Mitspieler. Dieser Effekt sorgt normalerweise dafür, dass die Heilungen reduziert werden. Glücklicherweise wird der Effekt aber vor der Heilung durch die Ult entfernt. Bei Verbündeten, die unter 40% ihres maximalen Lebens sind, erhöht sich der Heilungswert noch einmal um knackige 50%. Das waren jetzt für die Midlane, die AD Carries und Supporter jeweils drei unterschiedliche Champions, wovon einer bestimmt deinen Geschmack trifft. Falls du dir aber noch unsicher bist, probiere einfach alle drei aus und nimm den, der dir am meisten Spaß macht. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und falls du noch immer vergessen hast, mich zu abonnieren, kannst du das jetzt noch einmal ganz kostenlos nachholen. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Testen! Blame the Chopler! Blame the Chopler! Whenever you go oh and eat, Blame the Chopler! When they got free-fire drakes, you lose range start to flame. Launch your verbal assault, Blame the Chopler! Because it's always